... von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar. Viele Hände erleichtern die Arbeit. Schnell! Lamia könnte in Gefahr sein. Oder tot. Meinst du? Es schien mir doch recht kampferprobt. Gegen Menschen, nicht gegen Monster. Schneller! Schneller, verdammt! Schau! Da! Wir müssen die Leute vorher wieder töten. Ich hätte nie gedacht, dass niedere Vampire Befehle von höheren Vampiren befolgen. Das tun sie auch nicht. Wie konnte Detlef sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sagte ja. Er ist außergewöhnlich. Er kann sie seinem Willen unterwerfen und mit seinen Gedanken kontrollieren. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückfällt. Oder bis er stirbt. hic starte! Ach! Och! Ja! Ach! Ach! Das reinste Massaker. Das Monster ist noch hier. Das Monster ist noch hier. Die Rüstung war nutzlos. Da sind die Klauen durchgegangen wie durch Butter. Beeilung. Jede Verzögerung bedeutet mehr Tote. Eine Straßensperre. Zwecklos. Das ist für Vampire kein Hindernis. Das wussten sie nicht. Ich konnte sie nicht vorgetragen. Nach vorne gefallen. Hat zu flüchten versucht. Sie müssen gemerkt haben, dass sie die Stellung nicht halten konnten. Hoffentlich haben sie ein Versteck gefunden. Sonst gibt es keinen, mit dem wir reden können. Das ist ein Versteck. 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 Das war's. 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 Der Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Sianna die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anarieta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern, aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zitze! Ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Zitze! Psst, unterbrich mich nicht. Ich ziehe die Haube vor Meister Artorius Vigo angesichts seiner Errungenschaften. In den Arkanenkünsten sucht er seinesgleichen. Halt! Artorius war hier der Hofmagier und Spezialist für Illusionen. Das heißt... Regis, zum letzten Mal. Halt den Schnabel, sonst gehst du in die Ecke. Die Mädchen sagen, wenn ich je alleine hingehen möchte, soll ich nur das Land der tausend Märchen aufschlagen und Expecto Ludum sagen. Ein Buch als Schlüssel zu einer Illusion. Das wird ja immer interessanter. Heute sind die Magier der Kammer eingetroffen, um Sianna zu untersuchen. Ich weiß nicht, welche Schlüsse sie gezogen haben, aber der gnädige Herr ist gar nicht mehr er selbst. Hm, Fluch der schwarzen Sonne. Zweifellos wurden damals die Symptome diagnostiziert. Jedenfalls dachten sie das. Weiter. Ich wagte, den Herzog zu fragen, was aus dem Mädchen werden soll. Er gab keine Antwort. Ich gab den Mädchen heute eine Lektion Nilfgaardisch. Sianna gibt sich Mühe, aber das Vokabellernen fällt ihr schwer. Anarietta ist begabter, allerdings auch impertinenter. Als sie mich außer Hörweite glaubte, bezeichnete sie mich als Bloede Kusse. Sianna und sie wären bald erstickt vor Lachen. Hm, Bloede ist klar, aber was heißt Kusse? In der melodiösen Sprache unserer nicht allzu freundlichen südlichen Anrainer bezeichnet dieser Begriff die vielblättrige Blüte in jenem Bereich, den wir so schnöde als Schritt bezeichnen. Mag abenteuerlich anmuten, aber was, wenn Anna Henrietta Sianna in diese Illusion gebannt hat? Das ist nicht unmöglich. Dort wäre sie sicher gewesen. Und allein. Mal sehen. Wo ist dieses Buch? Spielzeuggeschirr und Stofftiere. Niedlich. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Abgesehen vom Staub, den faule Zimmermädchen drunter geschoben haben. Hm. Ist das das? Mal sehen. Expecto Ludum. VEGAS? Regis. Land der tausend Märchen. Unglaublich. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Das Auge von Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann. Das Auge von Nehalini dreht. Das war's für heute. Okay. 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 Was ist joust? Sag mir, was du zu bieten hast. Verdammt. Und das soll ein Spielplatz für zwei kleine Mädchen sein? Da stimmt doch was nicht. Lass ihn raus, verdammter Schmarrn. Er hat meinen Lebkuchen gefuttert. Hände weg vom Herd, Liebchen. Sonst werde ich sauer. Dann mach du ihn auf. Und wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und bleich. Na ja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine Mürbe-Köstlichkeit. Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Komm schon. Du wirst dich doch nicht vor ein paar Zauberpflanzen fürchten. Verdammt, bist du heftig. Diese Suppe stinkt ja schlimmer als ein verrottender Kadaver. Sieh zu, dass du nichts davon abkriegst. Komm vorsichtig. Ich bin eine kleine Schwung. Ich bin nur ein bisschen der Zauberpflanzen. Ich bin eine kleine Schwung. Ich bin nur ein paar Zauberpflanzen. Ich bin eine gute Zauberpflanzen. Ich bin nur ein bisschen despair. Ich bin nur ein Kannst. Ich bin nur ein Zeichner. Ah! 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 Ahahahahahahaha! Nya! Ahahahahaha! Ah! Was ist das? Telefonchexer, du hast gewonnen. Was zum Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, ich... Wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Danke. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sie... Sianna? Bist du das? Ist eine Weile her, Hans. Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Entspann dich? Ich bin nicht zum Spielen da? Was soll das heißen? Hans weiß, was das heißt. Also sag dir mir lieber sofort, wo die Bohnen sind. Nicht wahr? Sianna, ich... Es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre. Anna Rietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst. Und wo? Weiß ich nicht. Aber... Jos, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir. Verstanden? Jetzt. Also schön. Was willst du hier? Ich bin hier, um dich zu befreien. Freundlich von dir. Aber Zeitverschwendung. Ich befreie mich selbst. Vielleicht. Vielleicht nicht. Mit meiner Hilfe würdest du dich leichter tun. Das hast du ja gerade gesehen. Hm. Und du hast noch nicht erklärt, was ich dich schere. Detlef. Er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlef. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen. Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlef triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen. Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlef sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexer. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine Hand drauf. Erzähl mir mehr über diesen Ort. Er ist eine Illusion, nicht wahr? Ja. Von Artorius Vigo. Anna Henrietta und ich kamen immer her und spielten unsere Lieblingsmärchen. Die Hexe wirkte aber nicht, als hätte sie gespielt. Magische Entropie. Ohne Pflege verwildert der Zauber mit der Zeit. Deine Schwester hat dir aber ein gefährliches Gefängnis ausgesucht. Das täuscht. Wenn ich die Märchenfiguren nicht provoziere, tun sie mir nichts. Aber du, du gehörst nicht hierher. Sei lieber auf der Hut. Da du davon sprichst, die Ritter, die Detlef getötet hat, was haben sie dir angetan? Crespi, Dulac, Lacroix, Pairac Pairon. Daran werde ich nicht gerne erinnert. Aber du solltest es wohl erfahren. Als meine Eltern mich verstießen, befallen sie diesen Rittern, mich aus dem Herzogtum zu eskortieren. Sie alle taten es, ohne ein einziges Wort zu meiner Verteidigung. Es war doch ein Befehl, wie du sagst. Aber Crespi hatte keinen Befehl, mich beim ersten Fluchtversuch mit einer Pferdepeitsche zu traktieren, bis ich das Bewusstsein verliere. Und Dulac hatte keinen Befehl, mich hungern zu lassen und zu misshandeln. Damals habe ich gelernt, dass Ritter gar nicht so ritterlich sind, wenn keiner zusieht. Das erklärt einiges. Schockierend, nicht wahr? Dein Urteil stand sicher schon fest, ohne mich anzuhören. Das ist immer so. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wegen dem wurdest du verbannt, stimmt's? Mhm. Böse Prinzessinnen. Mutantinnen. Gewiss hast du von uns gehört. Eine habe ich schon getroffen. Renfri von Creden. Und? War sie wirklich ein Monster? Grausam war sie jedenfalls. Weswegen? Ob es der Fluch war oder ihr Schicksal, das frage ich mich bis heute. Du hast sie getötet, nicht wahr? Ich hatte keine Wahl. Amüsant. Das hat meine Mutter auch gesagt, als sie mich rausgeworfen hat. Und was sind das für Bohnen? Erklärst du es mir? Mhm, sicher. Aber du musst dich noch gedulden. Es führen zwei Wege aus diesem Land. Einen davon hat meine reizende Schwester blockiert. Der andere ist da oben, in den Wolken. Er ist schwer zu erreichen, weil sie die Bohnen hat verschwinden lassen. Aber unmöglich ist es nicht. Ich verstehe immer noch nicht. Schon gut. Hör einfach zu. Der Junge, das war Hans. Der mit der Bohnenranke. Kennst du das Märchen? Hans klettert an einer Riesenbohnenranke bis in ein Wolkenschloss, das einem Riesen gehört. Das können wir auch, sobald wir wissen, wo Anarietta diese verfluchten Bohnen versteckt hat. Es gibt drei. Eine rote, eine blaue, eine gelbe. Was denn? Warum reicht nicht eine Bohne? Es muss ganz genau wie im Märchen passieren. Alles klar? Suchen wir Jos. Vielleicht kann er uns helfen. Du gehst voran. Jos ist meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Das ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts. Also, was genau geht eigentlich in der Stadt vor? Blut vergießen. Gemetze. Darum sind wir in Eile. Keine Sorge. Die Zeit läuft in der Märchenwelt anders. Wir können hier eine Woche bleiben. Und draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. Vorsicht! Kobolde! Hältst nicht so, did it! Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht die nettesten Kobolde, die ich je gesehen habe. Die wurden hier postiert, um die Märchenwelt vor Einbringlingen zu schützen. Also vor dir. Oh, Einhörner! Fangen wir sie ein! Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich nehm das in rosa. Bewick dich! Aufregend, nicht wahr? Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Erzählst du's mir? Lieber nicht. Keine Wäufe hier! Das ist nicht ein Teil. Ich bin in Sicherheit! Das ist er! Joss! Verdammt, wir reißen ihn in Stücke! Schon gut, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Da kommen mehr. Noch ein Wolf. Hinter dir. Hör gar nicht hin. Er lügt immer. Ach so. Der Junge, der immer Wölfe ruft. Wie auch jetzt. Nur dann nicht, wenn wirklich welche da sind. So ist es. Hör mal, Kleiner. Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Pass bloß auf. Die Wölfe kommen. Das wird interessant. Also, fangen wir an. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der tausend Märchen. Wölfe! Rette sich, wer kann! Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so? Und niemand bewacht sie? Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Wölfe! Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist. Richtig? Hm. Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Hm? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im Geringsten. Ihr Leute! Wölfe! Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Kapiert? Also gut. Wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ah. Gut. An die Arbeit. Unglaublich. Du musst diesen Ort geliebt haben. Zuerst schon. Aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar T-Gesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fade. Was hast du dann getan? Enteneier in Schwanennester gelegt. Sowas in der Art. Oder der Prinzessin die Erbse geklaut. Ich glaube, die schläft heute noch. Du Sauhundz. Oh, schau. Der Kaiser von Nilfgaard. Er ist gekommen, um mit seinen neuen Kleidern anzugeben. Sind sie nicht da? Auftrag von einer Gans. Zigarrello? Das ist neu. Tabak? Eine Prise Fistech? Hm. Wie war das? Aus welchem Märchen bist du? Ich hab mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da hab ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann hab ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Das Band. Verrätst du mir, was es damit auf sich hat? Da gibt es nicht viel zu verraten. Ich habe es von Artorius Vigo bekommen, als ich noch klein war, um mich vor dem Bösen zu schützen. Hat wohl nicht funktioniert, wenn ich mir ansehe, was aus mir geworden ist. Aber es bedeutet dir was. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht viele Andenken an meine Kindheit. Und das Band erinnert mich an alte Zeiten. Als ich noch jemand anders war. Meine Lieben, würde es euch viel ausmachen, diese rührende Szene anderswo vorzusetzen? Ihr verkrault mir die Kunden. Gib sie einer das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen. Das einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Gut. Ich bezahle für das Band. Reicht das? Ja. Jetzt schert euch weg. Gut. Erzähl's mir. Wie? Was du als Gegenleistung willst. Aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, da! Pass doch auf! Hey, da! Pass doch auf! Oh, die Häuser der drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus übrig. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Joss gesagt hat? Eine Bohne liegt frei und wird von der Lügemannschaft. Könnte hinkommen. Hässlich und wild! Verdammt! Das hat Ihnen nicht gefallen! Das hat Ihnen gefallen! Du Sauhund! Hexer? Der große, böse Hexer hustete und prustete. Und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Etwas kümmerlich, aber doch vorhanden. Du steckst ja voller Überraschungen. Was verbirgst du noch so hinter deiner rauen Fassade? Ich singe nicht schlecht. Ich kann eine kernige Version von Die Jungfern von Vicovaro. Vielleicht lieber ein andermal. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weitersuchen. Und? Gefällt es dir hier? Nein. Ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich trau solchen Sachen nicht. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt es dir hier? Ja. Ja. Ist wohl nicht zu Hause. Eine Feder, beschädigt. Es hat einen Kampf gegeben. Eine Feder, beschädigt. Es hat einen Kampf gegeben. Gänsefedern. Sie muss geflattert sein. Oder wurde sie gerupft? Vorsicht! Kobolde! Du Sackhund! Hässlich und wild! Schau mal da in den Bäumen. Ist das eine Art Lager? Beschützt die Gans! Dann sind die goldenen Eier unssack! Ihr wollt den barbarischen Barbarossa beleidigen? Lieber nicht! Aber wozu der Käfig? Eier aus Freilandhaltung sind viel besser. Hier. Hab ich. Na ja. Wo ist der Schlüssel? Gut, dass du die Nachricht angeschlagen hast. Sonst hätte ich dich nicht gefunden. Schau! Sie hat hier ein goldenes Ei gelegt. Wenn nur alle meine Auftraggeber so großzügig wären. Eine Zauberbohne wäre mir lieber gewesen, aber ich will mich nicht begleiten. Bist du wirklich den ganzen Weg wegen eines Auftrags gekommen? So ist das eben. Das kann ich nicht glauben. Du musst noch einen Grund gehabt haben. Naja. Ich hatte mal ein paar idyllische Momente in Beauclair. Vielleicht wollte ein Teil von mir zurückkommen. Oh ja. Einmal Toussaint. Und man hat immer Sehnsucht. Mochtest du Anna Henrietta? Du machst wohl Scherze. Ich habe sie angebetet. Meine süße Kleine. Meine Schwester. So niedlich. Aber als sie mich aus dem Palast geworfen haben, hat sie nicht mal aus dem Fenster geguckt. Vielleicht wusste sie es nicht. Oder sie konnte es nicht. Und Amnestie konnte sie mir auch nicht gewähren, als sie gekrönt wurde? Bitte. Hallo? Auf ein... Psst. Oh. Mein verfluchter Schädel. Nie wieder Zechig mit Rotbart. Oh. Sianna. Das ist aber lange her. Du hast dich verändert. Ganz im Gegensatz zu dir, großer, böser Wolf. Obwohl mir scheint, dass du in schlechte Gesellschaft geraten bist. Und welche Gesellschaft soll ich mir suchen? Bäumelinchens vielleicht? Ein Schnaps und sie liegt unterm Tisch. Aber was führt dich her? Du könntest doch was mit uns trinken. Was denn? Jetzt? Im Leben nicht. Ich kann kaum stehen, so verkatert bin ich. Hast du noch nie etwas von Kontergetränken gehört? Kommt nicht in Frage. Und warum trinkst du? Musst du irgendwelche Sorgen ertränken? Ich will ja nicht neugierig sein, aber du siehst nicht wie eine junge Herzogin aus. Man hat mir Titel und Geburtsrecht genommen und mich verbannt. Nenn es Familienkrach. Hör mal. Wir suchen Zauberbohnen. Hast du welche gesehen? Ich sollte auf einen davon aufpassen, aber... Wo ist sie? Rede! Psst. Nicht so laut. Ich kann noch viel lauter werden und dich auf noch mehr Arten überzeugen. Jetzt kommen die Drohungen. Das sieht sie einer ähnlich. Hör mal. Ich existiere nur, um ein Märchen zu spielen. Wenn das dein Plan ist, gerne jederzeit. Aber einfach wird es nicht. Rotkäppchen hat die Hufe hochgerissen. Wie? Tausendmal haben sie mich aufgeschlitzt, mit Wackersteinen vollgestopft und in den Brunnen geworfen. Als ihr nicht mehr kamt, habe ich beschlossen, es der Göraim zu zahlen. Jetzt rottet sie im Brunnenschacht vor sich hin. Zusammen mit dem Jäger. Also können wir nicht spielen. Und ich bin nicht verpflichtet, mit euch zu reden. Weder über Bohnen, noch über irgendwas anderes. Also lasst mich in Ruhe. Verschwindet. Der Wolf ist ganz schön mies gelaunt. Das sollte dich nicht wundern. Er hat schließlich nicht darum gebeten, immer den Bösen zu spielen. Ein echtes Hundeleben. So, und was jetzt? Keine Sorge, ich werde mit ihm spielen. Oder besser, gegen ihn. Nur das Rotkäppchen brauche ich. Ich meine das Kleidungsstück, nicht die Leiche der armen Kleinen. Da bin ich froh. Du willst mir helfen? Das ist deine Chance. Auf in den Brunnen, raus mit der Kappe. Na, hopp hopp. Na schön. Auf in den Brunnen. Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch. Das ist dein Blatt nur der W 결국ung. Ich mein Arme ist jetzt aufs DDR. Und ich bin ein McCarthyister. Schritte. Suztest kam, derится also auf Liszt und Tabak A4. Deshalbkepp mir. Wir bleiben. Das sind so Zeitpunkt. woanders слож 그런 Hinweis wie machen ins Adventurejahe. Ich beginne die Richtung schon mit Wir waren vom Brothers Knights. Hoffen! Alles klar. Was ist das? Und? Hattest du Erfolg? Ja, schau mal, was ich habe. Das passt dir doch nie. Gib her. Wie sehe ich aus? Nicht übel. Gar nicht übel. Gehen wir zum großen, bösen Wolf zurück. Lass mich raten. Du spielst die Enkelin? Und du den Jäger. Du schon wieder. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du Rotkäppchen nicht dabei hast. Kein Problem. Sienna kann für sie einspringen. Was? Na schön, ich kann es euch nicht verbieten. Enkeltochter, komm heran, mein Täubchen. Aber Großmutter, was hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Das ist nicht so große, was hast du so große Zähne. Was? Das ist nicht so großartig. So? Oh. Weißt du noch, was Jos zur roten Bohne gesagt hat? Ein Mensch hat sie. Und auf keinen Fall hat er sie verschluckt. Mhm. Dann machen wir ihm mal den Bauch auf. Kronkorken, falsche Zähne, Korkenzieher. Ah, na bitte. Die rote Bohne. Na bitte. Einen Schritt weiter. Was ist denn? Ich frage mich, ob du überaus diskret bist oder ob diese Mutationen dich jeglicher Neugier beraubt haben. Willst du gar nicht wissen, was passiert ist? Was aus mir wurde, nachdem man mich verstoßen hatte? Da du es erwähnst, ich würde gern den Rest hören. Mal sehen. Sie haben dich aus dem Herzogtum eskortiert. Ja. Und die Elite der Ritter Toussens machte nicht Halt. Bis zur Wildnis von Keddu. Da ließ sie mich sitzen. Mittellos. In einem zerrissenen Spitzenkleid. Als der Frost begann. Sie nahmen an, irgendwas werde mich schon fressen. Oder dass ich freundlicherweise einfach verhungere. Doch wie üblich habe ich alle enttäuscht. Ich wanderte wochenlang durch die Wälder. Grün und blau vor Kälte. Kaute Rindenstücke. Schließlich sah ich ein Licht. Ein Lager. Es waren Banditen. Bärtig. Besoffen. Blutbesudelt. Ich war sicher, sie würden mich schänden. Oder umbringen. Oder beides. Das ist wohl nicht passiert? Damals erfuhr ich, dass Räuber und Mörder bisweilen anständiger sind als Ritter in schimmernder Rüstung. Sie nahmen mich auf. Wir gingen nach Nazair. Und ich tat, was ich konnte, um es ihnen zu vergelten. Ich legte einen schnellen Aufstieg hin und wurde schließlich Anführerin der ganzen Bande. Vielleicht hättest du bei ihnen bleiben sollen. Vielleicht. Vielleicht hätte ich alles vergessen und ein neues Leben anfangen sollen. Aber weißt du was? Es kam der Tag, da ich dachte, ihr wolltet ein Monster? Ihr sollt ein Monster kriegen. Du hast was durchgemacht. Durchaus. Derweil meine Schwester sich in Daunenbetten von Baden besteigen ließ. Sie hat dich nicht verstoßen. Das verüble ich ihr auch nicht. Aber dass sie mich vergessen hat. Ihre Schwester. So, genug geschwatzt. Los. Nur noch eine Bohne. Konzentriere dich. Zu bald. Derweil meine Schwester. Die Schwester. Die Schwester. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Gut. Wirf sie rein. Die Zielgerade. Unglaublich. Die Bohnenranke wächst. 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 Was ist das? Was ist das? Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Was ist das? 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 Schau. Das war's. 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 Ich muss. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Das war's.